Der Herbst ist einfach eine ganz wunderschöne Zeit, um loszuziehen, tolle Wanderungen zu machen oder auch mit dem Mountainbike in die Berggrei fahren. Es gibt so viele wunderschöne Plätze bei uns da, ob das Fellhorn ist, ob das Thürnbachhorn ist oder auch Wäderkreuz, ich habe von überall so tolle Aussichtspunkte, wo man einfach super in die umliegende Bergwelt einschauen kann.